jetzt ja mir geht's gut jetzt noch eine runde versuchen wir also stadtmensch mit naturmensch ok hallo ja was hast du vorhin gesagt du meintest bellen kannst du gut wie geht's warum hast du gesagt bellen kannst du gut ist sehr respektlos du hast gebellt und ich meinte das klingt gut warum entscheidest du das bist du zoodirektor bist du hundezüchter ja nee ich bin hundetrainer hundetrainer was anderes geschafft also ich bin ein bisschen 24 lockige haare hast du okay glatze also kann ich meine fitness frage hast du eine glatze hast du eine glatte besser durch die gebüsche flücht ist nein habe ich nicht damit die erste damit die erste sich nicht verfahren hast du eine glatte hat nie hast du jemals sich rasiert das geht dich nichts an das geht dann geht dir um meine information nix an ja raus mit der raus ja ab zu sein so das war ein stadtmensch das war ein stadtmensch habt ihr gehört diese stadtmenschen und der wolf so was machst du der adler mann ich mache das zormale genau ging und der glatze dieser bewertet das ist das ist richtig muslimisch gehört das normal was frauen mit glatze heiraten frauen mit glatze heiraten ist muslimisch hey was meinst du damit verstehst du gar keine deutsche oder galatze mit heiraten mario 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 muss zurück zu sein wölfen ja so holen wir anik rein so kommen wir die komischsten namen brennen ägyptische normal so alle das plus weg machen alles plus weg machen ja so die haben alle keine fang perrufer bitte sein kursen kommen welche rein wird es kurz aus er ist draußen ok jünger die löser kennengelernt groß geworden europa arab afghaner albana die löser kennengelernt und die löser kennengelernt mit dem mit der wolfsmutter also ich wollte sende pausen für die erst mal du bist nicht der chef wichtig und das ganz was das denn mann alles 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 eine frau ich hatte als den schlimmer das scheiße mann irgendjemand aus dem wolfsrudel jetzt kommen berliner und nick deine mutter deine mutter ich wusste nicht dass ich einen kursen habe ja schön dass du dein kursen 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 ich habe eine frage ich habe eine frage ich habe immer bruder ich komme aus berlin für den jahr als berlin berlin hallo berlin hallo hat auch hat dich fertig gemacht hast du bist du und jetzt sind wir alleine schämst du dich so dann habe ich lieber so eine drinnen die sie sich noch nie rasiert hat ja viel viel besser genau wie ich gesagt habe diese stimme die mutter nein meine mutter ist die annika so wo wir den nächsten drei ja ich habe meinen granit schon so sauber geputzt man ich sehe mich schon drin skorpio hallo hallo mein lieber wie geht es geht nichts anstelle eine frage mal lieber ich würde gerne muskeln bekommen wie stelle ich das an das geht mir nichts an mein lieber das ist dein problem so ist die wolfsmutter die versucht reinzukommen ich kann nicht rasieren ich habe eine allergie gegen rasierapparate ok gut skorpio was nächste frage wie kann ich so ein bizeps kriegen wie du mein lieber das geht hier nichts an du bist mir unangenehm unsympathisch auch die stimme du bist ein typischer leider ich fühlten steil dich ach so du feierst mich alles klar also ich glaube du weißt wie das funktioniert deswegen ja also der der helfen kann der kommt jetzt rein sagt auch klar er braucht dann hilfe ja was kann ich dir helfen sagt doch sagt doch rede doch von mann zu mann skorpio ach das ist der typ aus schweiz mann du bist doch der typ aus der schweiz jünger soll doch sagt doch ein hatte scheiße ach gott der typ hat noch nie im gym von innen gesehen man ich verstehe diese schweizer nicht diese schweizer ich verstehe der humor nicht nichts witzig es ist gar nichts witzig witzig wir sind die besten und wir verteidigen uns bis auf den toten außerdem ist deine heimat ist nicht schweiz man seine mutter schweiz geboren aufgewachsen was nicht heimat ja dein papa kommt aus marokko und du hast ja okay okay noch das wird ja immer schweizerischer mein lieber stehe zu den wurzeln steht zu den wurzeln steht zu den wurzeln okay also auf jeden fall okay was okay was können wir jetzt für dich tun für den für ihn du hast du frage gestellt und was kann ich dir helfen und deine frage ich stelle mal deine frage jünger du so ich rede mit ihm nicht mit dir ich habe mich aufs null gedrückt warum redet der warum redet das läuft in deutschland anders hier darf jeder was denkst du was bist du gucken guck nicht alles meine kleinheit mein kleiner finger ist dicker als da guck dir das an in welchem land hast du gesehen was war das was noch nie und was möchtest fragen jetzt kommst du live stream hier ja nichts weil bei dir ich möchte nichts fragen ich habe nur fragen wie man zu so einem schwachen körper kommt ja ich habe doch wenn es da geschrieben was los mit dir was hast du denn geschrieben ja komm auf instagram auf deine dms warum lässt du dich auf gläsen und mutter so einer bist du während der fahrt auch so ein weißt du mein gutes während der fahrt genau also lasst mich mal ganz was ich gehe gott er ist so langweilig guckt ihr euch an mann er grinst die ganze zeit ja weil du eine meldung bekommen hast deswegen gehst du raus außerdem kauft eine tüte wlan so das ist so einer er schreibt mir auf instagram habe ich direkt blockiert man der ist so staunt man so geben wir jeden mal die gelegenheit so einfach nur peinlich hallo coach frankie hallo mein lieber hallo wie geht's ich hasse small talks kommen auf den punkt was willst du ich will nichts habe die neue einladung geschickt ich wollte sehen wie du aussiehst so wie auf den bildern ich bin aus schweiz ich bin aus deutschland ich kenne nicht alle deutschen okay okay also ja aber kann ich dich was fragen ja deswegen bin ich auch hier ja zu dem was macht man wenn man was geht noch oder ich bin ich ja ich schaue seit eine halbe stunde zu dir ich will dich wieder angreifen noch irgendwas machen dann kannst du doch so überhaupt kein problem nein nein wie hast du kleine frage hast du da ohrringe tunnel in deinem ohr drin das ist ein zeichen der männlichkeit hast du hast du einen geraucht aber die tunnel sind wunderschön da kann man bleistift durchtun und kugelschreiber kann man durchgucken machst du das dann immer jede woche größer und am ende so ein autoreifen mashallah wow richtig war geil geil richtig richtig heftig war irgendwann machen die sich tunnel am großen c ja da kannst du durchgucken guck mal mein fuß ja du hast ja du hast recht du hast recht du hast doch recht unser war so ein tunnel ist echt was gutes oder so kiefer klapper ein bisschen ja so holen wir jemand rein zeiten hallo moki moki man hört sich nicht ich bin auf arbeit deswegen bin ich noch stumm wir können trotzdem menschen ja eine runde eine runde ok ok moki linchen mein süßer knusperhase du so wir gegen die schön so ist das ist das ist das ist das ein doppelkind ok gas geben 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 ist das ein doppelkind ok heftig ich dachte sind zwei köpfe tiktok sportlich kommentare nein sie ist cool sie ist cool gas geben gas geben dankeschön vielen vielen dank eva viel komme ich kenne die schon ja vielleicht ist da drin proviant drin oder so oder wasser dankeschön das ist kein mann so gas geben gas geben und macht alle java der hat was ist das wer ist java der hat das ist ein bisschen da schreibt einer das ist ein bisschen das ist kind mit etwas mensch hört mal bitte auf damit ich verbiete euch so ein language hier am tag so gleiches mal zwei gleich gleich mal zwei gleich mal zwei gleich gleich mal zwei also doppelkind gleich mal zwei tiktok sportlich so sechs rosen high bike noch nicht ja jetzt hallo java der hod ich weiß nicht wer das ist die ziel bürger geld viel vielen dank dankeschön ja so jetzt alles mal zwei sie kommt näher sie kommt näher sie kommt